Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Janina von RosiMade und heute zeige ich euch bzw. nehme ich euch mit in den Entstehungsprozess, wie Selbstgenetik, Kleidung entsteht bzw. die Planung und den Entwurf dafür. Denn ich stehe gerade an dem Punkt, wo mir kaum noch Dinge passen aus meinem Kleiderschrank, denn ich habe durch die Schwangerschaft sehr viel zugenommen, bin nicht mehr oder bin noch nicht auf meinem Normalgewicht. Und deswegen brauche ich einfach neue Klamotten. Die werde ich mir natürlich selber nähen. Der Plan ist jetzt erstmal, sozusagen das erste halbe Jahr, also bis zum Sommer ungefähr, zu planen und zu entwerfen die Sachen. Denn es kann gut sein, dass ich dann gegen Ende des Jahres hoffentlich wieder auf meinem Normalgewicht bin oder in der Richtung und dann verändert sich das natürlich auch nochmal. Wir haben letzte Woche die 10.000-Follower-Marke erreicht. Ein herzliches Dankeschön an jeden und jede von euch, die dabei sind und mich verfolgen, was ich so mache. Und ja, ich freue mich auch immer wieder, eure Feedbacks zu lesen und zu sehen, dass ich doch einige von euch inspirieren kann und viele von euch das einfach auch schon nachgenäht haben. Das freut mich riesig. Ich möchte da natürlich auch euch was zurückgeben, sozusagen. Deswegen wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht als kleines Dankeschön. Und dann starten wir jetzt mal mit der Planung und dem Entwerfen meiner Kollektion. Den ersten Schritt, den ich gegangen bin, war, dass ich rausgefunden habe, was eigentlich mein persönlicher Stil ist, welche Farben ich gut tragen kann und welche Schnittführungen gut zu meiner Figur passen. Dazu habe ich letztes Jahr einen Stilkurs besucht und da habe ich richtig viel über mich kennengelernt. Also wenn ihr das auch mal machen wollt, dann kann ich euch das wirklich empfehlen, sowas zu tun. Ihr lernt auf jeden Fall sehr viel über euch selber kennen, über euren Körper und eure Figur. Ich habe da zum Beispiel rausgefunden, dass ich eher eine X-Form habe, also eine Sanduhrfigur und weiß jetzt auch ungefähr zumindest, welche Kleidungsstücke mir besser stehen und welche ich eher nicht unbedingt tragen sollte, beziehungsweise wie ich das dann noch ausgleichen kann. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass ich Körperteile, die vorteilhaft sind, auch besonders betonen soll bei mir. Das heißt, bei mir sind es die Beine. Ich habe ziemlich schöne, schlanke Beine, würde ich sagen. Und die darf ich auch ruhig betonen. Das heißt, ich darf enge Hosen anziehen, Leggings oder sowas, die schmeicheln mir. Also ich darf das, was schon cool ist, noch mehr rausheben, damit ich mehr strahle, sozusagen. Und im Zuge dessen habe ich auch meine Farben rausgefunden. Das ist einmal ein Beerenton, Altrosa, Blautöne. Diese Farben stehen mir am besten und da leuchte ich am meisten, sozusagen. Außerdem habe ich eine Collage erstellt. Die werde ich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, die meinen persönlichen Stil widerspiegelt. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein Street-Style-Look. Schön lässig, weite Formen mit engen Formen kombiniert, sportlich. Ja, einfach so ein bisschen chilliger. Dann das Zweite, was ich gemacht habe, war, meinen Kleiderschrank auszumisten und einfach alles rauszutun, was da nicht mehr hingehört. Aber auch die Sachen wirklich festzuhalten, die mir dann hoffentlich irgendwann mal wieder passen und die ich gerne wieder anziehen möchte. Und dann habe ich noch ein paar Sachen, die ich gefunden habe, die ich auch nochmal upcyceln möchte. Da kann ich auf jeden Fall auch nochmal Babykleidung oder Kinderkleidung draus machen. Und dann natürlich auch die Kleidungsstücke, die ich dann auch behalten möchte und die ich in meine selbstgenähte Garderobe integrieren möchte. Der dritte Schritt ist dann zu analysieren, was brauche ich? Und das sind bei mir auf jeden Fall Hosen, also lässige Hosen, die einfach bequem sitzen. Die ganzen Schwangerschaftshosen, die sind jetzt rausgekommen. Die kann ich jetzt einfach nicht mehr sehen, weil ich die wirklich jeden Tag in der Schwangerschaft getragen habe. Und da dürfen jetzt neue her. Und dann sind es natürlich auch stilltaugliche Oberteile und eventuell noch ein Cardigan. Jetzt kommt der Ideenfindungsprozess und der startet mit der Inspiration. Und da liebe ich einfach Pinterest. Also ich bin so viel auf Pinterest. Wirklich viel. Also vielleicht auch ein bisschen zu viel. Da kann ich euch auch den Tipp geben, nicht zu lange davor zu verbringen, sondern dann wirklich auch ins Tun zu kommen und ins Umsetzen und nicht so sehr ins Prokrastinieren. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich Zeitschriften oder auch andere Kanäle, irgendwie Instagram oder sowas. Da findet man auch immer sehr schöne Inspirationen. Oder dann natürlich tatsächlich auf die Straße zu gehen, anstatt Bummel zu machen oder sowas. Das habe ich jetzt nur in den letzten zwei Jahren eher weniger gemacht. Ja, und dann habe ich mir eine Collage erstellt aus den ganzen Sachen, die ich so gefunden habe, die mich angesprochen haben. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, um die Sachen einfach auch festzuhalten, weil klar kann man in Pinterest Pinnwände erstellen, aber irgendwie sind die dann trotzdem digital und ja. Deswegen habe ich jetzt einfach mit dem iPad eine Collage erstellt, habe die dann ausgedruckt und so kann ich die immer neben mich hinlegen, wenn ich einfach dann wirklich auch ins Zeichnen gehe. Ja, und dann kommen wir nämlich auch schon zu meinem Lieblingspart. Und zwar geht es dann zum tatsächlichen Entwerfen. Und das ist vielleicht auch für euch der interessanteste Teil dieses Videos. Denn jetzt geht es darum, aus den Inspirationen, die wir vorher gesammelt haben, eigene Entwürfe zu machen, eigene Ideen festzuhalten. Und da habe ich jetzt einfach mal drauf losgezeichnet, drauf losgescribbelt, einfach was mir so eingefallen ist, was ich gerne mag, was mir aufgefallen ist von den Inspirationen und wie ich die auch nochmal in meine eigenen Ideen umsetzen kann. Ich komme ja persönlich aus dem Modedesign und ich habe früher sehr, sehr viel gezeichnet, viel mehr als das ich eigentlich genäht habe. Das Nähen kam jetzt erst in den letzten Jahren sehr viel mehr dazu und das Zeichnen hat eher abgenommen. Aber wenn euch das Thema auch ein bisschen mehr interessieren würde, bisher habe ich auf meinem Kanal nur Nähen gezeigt, aber wenn euch das Zeichnen von Modeskizzen oder Ideen aufzuzeichnen auch interessiert, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und auch gerne, wenn ihr da Fragen dazu habt oder sowas. Das würde mich mega interessieren und ich habe da auf jeden Fall auch Bock, was zu machen, wenn ihr da Interesse dazu habt. Wenn ich dann die ersten Skizzen und Ideen aufgezeichnet habe, geht es dann eigentlich auch schon direkt in den nächsten Schritt. und zwar, weil das spielt so ein bisschen zusammen, geht es darum, jetzt zu gucken, welche Stoffe und welche Schnittmuster würden denn dazu passen. Und da gehe ich meistens so vor, dass ich gucke, was habe ich eigentlich noch? Also wie sieht mein Stoffregal aus und was ist da noch vorhanden? Denn aktuell ist da noch sehr viel, sehr viel drin, wo ich einfach Stoffe habe, die schon Ewigkeiten da drin liegen und sich ja anhäufen. Deswegen möchte ich da endlich mal dran gehen und die ein bisschen weniger werden lassen. Und dann gucke ich auch, was für Schnittmuster habe ich schon da? Also zuerst gucke ich immer meine eigenen Schnittmuster an. Was habe ich da? Was kann ich vielleicht auch als Grundlage verwenden? Und wo kann ich ein Pattern Hack zum Beispiel machen? Also aus einem vorhandenen Schnittmuster was Neues kreieren, indem ich was abende? Oder dann gucke ich auch meine Zeitschriften durch. Was habe ich da noch vielleicht an Ressourcen da? Ja, bevor ich dann wirklich gucke, was ich mir als neues Schnittmuster kaufen müsste. Ja, und dann nehme ich einfach meine Skizzen, die ich gemacht habe, setze mich vor mein Stoffregal, gucke mir die ganzen Stoffe an, gucke, was passt wie zusammen. Dann habe ich natürlich auch immer meine Collage, die ich erstellt habe zu der Kollektion daneben, damit ich nicht irgendwie abdrifte in eine ganz andere Richtung, weil ich möchte ja wirklich am Ende eine Kollektion haben, die wirklich zusammenpasst, wo ich mir nicht jeden Tag überlegen muss, was ziehe ich heute an. Denn ich kann einfach in den Schrank greifen und die meisten Sachen passen irgendwie zusammen. Ja, dann schaue ich mir das einfach an, gucke, welche Schnitte und so, gleich das ab. Und dann kommt nämlich auch schon der letzte Schritt und das ist dann das Finalisieren. Und zwar lege ich dann da wirklich fest, welche Entwürfe nehme ich wirklich mit rein? Also was will ich auf jeden Fall umsetzen? Was brauche ich wirklich? Welche Schnittmuster wie? Und welche Farben, welche Stoffe und sowas? Und da gehe ich einmal durch und finalisiere das dann. Und es sieht dann so aus, dass ich die Stoffe abfotografiere und dann am iPad direkt in meine Entwürfe integriere. Das ist eine ganz coole Funktion. Dann kann ich nämlich schon mal sehen, wie wirkt es, wie passt es zusammen und habe dann einfach schon mal eine bessere Vorstellung. Weil was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist, dass ich dann irgendwas nähe, mir voll viel Mühe mache und Zeit und dann am Ende steht es mir nicht, passt es nicht zusammen, passt es mir nicht oder genau, das möchte ich vermeiden. So, und hier kommen jetzt die fertigen Entwürfe von meinen Designs. Da seid ihr bestimmt auch neugierig drauf. Deswegen werde ich die jetzt hier einfach mal einblenden und euch ein bisschen was dazu erzählen. Okay, das erste Outfit besteht aus einem T-Shirt, was lockerlässig geschnitten ist und einer Leggings, die ich zu einer Schlag-Leggings sozusagen umändern werde. Da werde ich auf jeden Fall ein Pattern-Hack machen. Bestehend aus meinem Leggings-Schnittmuster, da werde ich einfach einen Schlag unten dran machen und dann das T-Shirt wird auch ein Pattern-Hack werden. Da werde ich das T-Shirt, was wir in der Näheakademie nähen, werde ich umändern. Das ist eigentlich eng anliegend, aber das wird dann einfach weit werden, damit es auch schön stilltauglich ist und dann werde ich da auch noch einen Plot drauf machen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich habe mir fest vorgenommen, auch meinen Plotter wieder öfters zu verwenden. Der ist nämlich jetzt schon Monate, fast Jahre still gestanden. Und der wird auf jeden Fall auch wieder mehr in Einsatz kommen. Beide Teile werden aus einem klassischen Jersey sein. Einmal aus einem altrosafarbenen und einmal aus einem schwarzen Jersey. Dann das zweite Outfit, das ist wieder eine Leggings. Das wird auch wieder mein Leggings-Schnittmuster werden. In der klassischen Variante, ohne Detailungen. Da habe ich einen richtig coolen Jersey gefunden. Und zwar ist das ein Jersey mit einem Schlangen-Look. Der sieht so ein bisschen lederhaft aus. Ist dunkelblau und ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker. Also eher, es geht so ein bisschen ins Sportliche rein, von der Stoffart her. Genau, ich glaube, das wird richtig cool werden. Und dazu gibt es eine Bluse in Pink aus einem Viskosestoff. Der ist sehr dünn und leicht fließend. Perfekt für den Sommer, weil es schön luftig ist. Und die Knopfleiste vorne, die ist natürlich auch super zum Stillen geeignet. Für die Bluse werde ich ein Schnittmuster verwenden aus einer Zeitschrift, was ich schon mal genäht habe. Das steht mir auch total gut, weil bei Blusen habe ich persönlich immer das Problem, dass meine Schultern meistens zu breit sind und deswegen immer ein bisschen komisch aussieht. Aber dieser Blusenschnitt ist relativ weit geschnitten oder ziemlich weit geschnitten und da fließen dann die Schultern richtig schön runter und müssen nicht so eng sitzen wie bei einer klassischen Bluse. Dann geht es weiter mit einer lockeren Hose und einem Cardigan. Die Hose werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder ein Pattern-Hack machen. Diesmal aus diesem Schnittmuster. Das ist eigentlich für Webware gedacht, aber ich glaube, aus Jersey wird das auch sehr gut funktionieren. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Farbe tatsächlich, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Stoff, den ich da gefunden habe bei mir in meinem Fundus, diesen grauen, ob ich den wirklich verwenden will, weil grau ist so ein bisschen, ja, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das mir tatsächlich so steht. Also vielleicht werde ich da auch noch einen Stoff dazu kaufen. Ich hätte eigentlich gerne auch so einen dunkelbeerigen Ton, sowas in die Richtung. Mal schauen. Und dann gibt es dazu einen Cardigan aus einem Kort Niki, der ist dehnbar. Richtig schön in schwarz. Da habe ich, den habe ich auch schon längers da und da wollte ich schon lange was draus nähen und ich glaube, so ein Cardigan wird richtig toll daraus aussehen. Da werde ich auch wieder ein bisschen Pattern-Hack-mäßig was machen, denn ich habe einen Cardigan-Schnitt und der ist aber so, dass der nicht geschlossen wird vorne und den würde ich so umändern, dass er vorne mit Knöpfen ist und ich den schließen kann. Und an der Seite hat er eigentlich ursprünglich Schlitze drin. Ich möchte aber, dass es eine schöne Kurve wird unten sozusagen, so eine schöne Rundung und an den Ärmeln wird es eventuell auch noch ein bisschen lockerer werden. Hier kommen noch zwei Longsleeves. Das wird auch das Schnittmuster werden von meinem Longsleeve-Shirt. Einmal in gestreift, blau-weiß und einmal in pink. Die sind relativ schnell genäht und da muss ich auch nichts groß ändern oder sowas. Die werde ich einfach so nähen, wie sie sind. Die sind super auch zum Stillen, weil sie schön oversight sind. Und das gleiche Shirt auch nochmal mit Stoffresten in Patchwork-Optik oder eigentlich, ja, es ist Patchwork, aber aus Jersey. Da habe ich verschiedene rosafarbene Jerseys noch, alles Stoffreste, alles aus vergangenen Projekten und die will ich jetzt einfach mal zusammennähen und da ein neues Shirt draus machen. Das wird auch das Longsleeve sein. Dann habe ich noch ein paar klassische Kurzarm-Shirts entworfen. Das werden auch wieder Pattern-Hacks werden, weil die müssen natürlich auch stilltauglich sein. Und das hellblaue wird auch noch eine Knopfblente vorne bekommen, damit man das schön aufknöpfen kann und es dadurch auch stilltauglich ist. Also ich habe auch versucht, verschiedene Varianten zu machen und nicht immer die gleiche. Bei diesen Shirts werde ich auch wieder dieses Schnittmuster aus der Näheakademie verwenden. Das ist das Voila-Shirt und werde das noch ein bisschen abändern. Genau, das dunkelblaue Shirt kriegt hier noch ein paar Rüschen, damit es ein bisschen, ja, einfach ein bisschen romantischer ist. Und als letztes gibt es nochmal eine Bluse, auch schön mit Rüschen. Und da ist der Stoff rosa-blau gestreift. Also ihr seht, meine Farben sind tatsächlich so rosa-blau-lastig. Ja, das sind einfach die Farben, die mir am meisten stehen. Und die Stoffe hatte ich einfach alle auch noch da. Die dürfen jetzt alle mal vernäht werden. Es gibt auch noch mehr Stoffe, die ich habe. Aber ich kann jetzt einfach auch nicht so viel machen. Ich bin eh gespannt, ob ich das alles noch hinbekomme. Denn in dreieinhalb Wochen wollen wir auf Reisen gehen mit unserem Van. Und bis dahin sollte das alles fertig sein. Oder zumindest ein Großteil davon, weil sonst habe ich nichts zum Anziehen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Also es ist wirklich sehr viel, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Es muss ja auch nicht sein, dass alles fertig wird. Aber das sind einfach meine Ideen, was so zusammenkam. Ja, und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was euch am besten gefallen hat von meinen Entwürfen. Und wo ihr auf jeden Fall noch mehr wissen wollt irgendwie, schreibt es mir alles gerne in die Kommentare rein. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entwerfen, Kreativsein, Ideen finden. Genau, bei dem kreativen Prozess einfach. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video in zwei Wochen wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, tja, 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 tja